Herzlich willkommen beim Nettes Morgens Blogger der Welt. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, es kam ein Video von Herrn Currywurst online, ein 36-Minuten-Statement zu der Trennung mit Gronkh, Pandoria und auch Tobinator. Und da ich auch auf Twitter sehr aktiv bin und auch mitverfolgt habe, was jetzt Gronkh und auch der Tobinator schon dazu geschrieben haben, wollte ich ja dazu jetzt einfach mal einen Podcast mit euch machen. Bitte bleibt sachlich in den Kommentaren und versucht da einfach miteinander zu diskutieren. Ich weiß, das geht vielen sehr nahe, das Thema. Ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht wirklich verfolgt, was die vier dort zusammen so hochgeladen haben oder auch in den Streams gemacht hatten. Da bin ich Laie, ich bin ein Gronkh-Sympathisant, ich mag ihn sehr, sehr gerne, gucke ihn auch hier und da mal aktiv und folge ihn auch überall. Aber ich bin jetzt kein Fan, der jetzt da wirklich auf und einer Seite ist. Ich habe mir das jetzt ganz neutral angeguckt, was Herr Currywurst zu den Vorfällen und zu den Gründen der Trennung gesagt hat und muss sagen, ich blicke da nicht so ganz durch. Vielleicht einige von euch auch nicht. Das Video kam vor zwei Stunden online, hat schon fast die 100.000 Aufrufe erreicht und auch 12.500 Likes und nur 800 Dislikes. Also dafür, dass es so ein emotionales Video war, mit so einem heiklen Thema, kam das jetzt eigentlich von seiner Community her sehr, sehr gut an. Und dann kam das natürlich auch wieder so hoch, dass das auch auf Twitter große Wellen geschlagen hat. HWSQ, der Hashtag ist ganz oben in den Trends auf Platz 1 und auch Curry ist ganz oben. Und von daher finde ich das schon interessant, auch gerade im Hinblick, was Gronkh und auch Turbinator jetzt schon dazu geschrieben haben. Wenn sich noch neue Sachen dazu ereignet haben, nachdem ich das jetzt hochgeladen habe oder vielleicht gerade beim Schnitt bin, ergänzt das bitte in den Kommentaren. Es kann jetzt stündlich irgendwas Neues passieren, aber ich wollte es halt so aktuell wie möglich für euch hochladen. Ich werde auch im Livestream nochmal komplett auf das Video react mit euch. Ich sage jetzt aber schon mal, für die, die keine Zeit haben, beim Livestream um 20 Uhr dabei zu sein, kurz, was ich zu dem Video so sage. Ich muss sagen, ich bin aus diesem ganzen Video nicht so ganz schlau geworden. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass Herr Currywurst sich selbst hundertprozentig die Schuld gibt, dass es zu dieser Trennung und dem Spalt in dieser Gruppe kam und dass sie nicht mehr gemeinschaftlich miteinander aufnehmen werden wollen in Zukunft. Und das ist schon mal, finde ich, eine große Geste, finde ich, oder finde ich ein guter und mutiger Schritt, hätte er jetzt nicht machen müssen, weil eigentlich auch alle sich so geeinigt haben, dass das privat bleibt. Er hat sich jetzt dennoch dazu geäußert und der Grund war wie folgt, nach seinen Äußerungen hat er wohl, ja, mit fremden Damen geschrieben übers Internet, obwohl er eine Freundin hatte. Es war jetzt allerdings nur vom Schreiben die Rede. Damit hatte er wohl in der Vergangenheit schon seine Freundin mal verletzt gehabt und dann kam es auch zu einem Gespräch mit Pandoria und auch Erik, also Kronk, und die konnten das dann irgendwie noch so kitten, dass, ja, die Beziehung nicht gescheitert ist und jetzt kam es allerdings wieder zu so einem Vorfall. Und das soll ja zwar auch der Grund gewesen sein, dass es zu der Trennung kam und er nimmt auch die Schuld hundertprozentig auf sich, sagt aber auch im Umkehrschluss, dass Kronk und Co. nicht dran schuld seien, dass es zu dieser Trennung kam und auch, dass die sich halt um seine Freundin jetzt gerade kümmern, weil es dir jetzt wirklich nicht sonderlich gut geht. Und ich fand das auf jeden Fall relativ mutig und auch gutes Video, dass er das jetzt gemacht hat, weil es kam auf Twitter nicht wirklich zur Ruhe die letzten Tage. Es war eigentlich immer relativ weit oben in den Trends, gerade so noch vor ein paar Tagen. Und da waren viele Gerüchte auch im Raum. Er geht auch kurz darauf ein, dass er halt in der Vergangenheit auch, ja, mit Zuschauern oft geschrieben hat und da vielleicht auch mal Minderjährige mit bei waren. Und er allerdings sich nie mit irgendwelchen getroffen hat oder wie weiß ich und da eventuell vielleicht auch falsch gehandelt hat. Er geht da nicht ins Detail, aber alles zum Großen und Ganzen wirft für mich Fragen auf als Zuschauer. Und wenn ich jetzt ganz neutral da rangehe und das jetzt so sehe, was er da gesagt hat, finde ich, außer dass er jetzt seine Freundin hintergangen hat, was scheiße ist, Punkt, ja, ist scheiße, eine Freundin zu betrügen in dem Sinne, dass man mit anderen schreibt. Aber er hat sich ja wohl nicht mit denen getroffen. Ich finde, das ist dann nochmal ein anderes Ding. Könnt ihr gerne aber auch anders sehen. Schreiben ist auch schon scheiße. Macht man nicht. Gehe ich mit. Aber sich mit wem zu treffen oder mit mehreren oder zu betrügen, wirklich, finde ich dann halt nochmal einen Zacken schärfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Sicherlich verletzt das auch. Ich kann auch die Freundin verstehen, dass sie verletzt ist. Ich kann auch die Leute verstehen, dass sie das nicht cool fanden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Grund war. Versteht ihr, was ich meine? Und das hat auch Konk bestätigt, dass das wohl nicht der Grund war, warum es zur Trennung kam. Weil wenn man sich jetzt Turbinator, der da wie aufgelöst in diesem Video wirkt und sehr traurig auch aussieht und auch weint, ansieht und dann die Fakten da zusammenzählt, dass er vielleicht mal mit Fans geschrieben hat, wo er 18, 19 war oder generell mit Mädchen mal geschrieben hat, die vielleicht auch mal erst 16, 17 waren oder keine Ahnung was. Alles jetzt nur theoretisch. Und jetzt aber auch mit erwachsenen Frauen vielleicht mal geschrieben hat und das zugelassen hat, ist das jetzt vielleicht jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wenn man vergeben ist. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum man sich jetzt, wenn man gut befreundet ist, von jemandem so distanziert. Das ist ja zumindest meine Meinung. Also ich würde das jetzt nicht machen. Wenn ich jetzt mit beiden befreundet wäre, würde ich sagen, Mensch, Scheißaktionen macht man so nicht. Ich kümmere mich um deine Freundin, aber bin auch am Abend mal auf ein Bierchen bei dir und frag mal nach, wie es geht. Also das würde jetzt niemals zu so einer Trennung, glaube ich, führen. Und das kann man auch aus diesem Statement von Kronk, das ich euch jetzt hier gleich mal reinposte, auch vernehmen und was ich euch jetzt hier vorlesen werde. Denn, wie gesagt, das kam mir jetzt ein bisschen komisch vor. Und dass er vielleicht mal mit 19, mit irgendwelchen 16, 17-Jährigen geschrieben hat, das finde ich, oder vielleicht 14, 15, das ist dann vielleicht auch nicht geil, ja, aber ich finde, das ist auch noch mal was anderes, wenn man sich dann mit denen trifft, wie ein Jo-Olli oder Co., wenn man das nicht macht, finde ich das jetzt auch nicht so tragisch, also, keine Ahnung, finde es jetzt nicht so schlimm. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass das jetzt der Grund war und wenn man jetzt Kronk jetzt mal vorliest, deutet das auch darauf hin, dass das jetzt wirklich nicht der Grund auch war, ja, dass die sich da distanziert haben. Aber lesen wir vor, was Kronk auf Twitter geschrieben hat. Sorry, falls ihr den Klick jetzt mal gehört habt, aber ich nehme das ja mal OneCut im Podcast auf. Hi, viele von euch äußern sich ja gerade in emotionalen Worten über das Statement-Video von Curry. Das ist natürlich euer gutes Recht, allerdings kommt keiner der Gründe im Video vor, wegen dem ich persönlich und auch die anderen Betroffenen sich wirklich distanzieren. Und das ist dann schon relativ spannend und wirft natürlich Fragen auf. Es muss dann natürlich irgendwas Krasseres passiert sein, was natürlich auch eigentlich, so schätze ich Kronk ein, auch wahrscheinlicher ist. Denn ich glaube, niemand würde sich vom guten Kumpel distanzieren, wenn der jetzt vielleicht mit der Freundin mal Stress hat oder mal mit einer fremden Frau geschrieben hat oder vielleicht mal im schwachen Moment mit einer 16-jährigen prallen Blondine geschrieben hat. Keine Ahnung was. Also es sind alles Sachen, die jetzt nicht ultra geil sind, aber solange man sich jetzt nicht mit denen trifft und Co., sind das so Dinger, wo ich sage, okay, muss man jetzt nicht machen, aber deswegen wirft man jetzt nicht eine Freundschaft hin. Es geht aber auch weiter. Was niemand wissen konnte, kann, vielleicht ist es etwas unprofessionell, weil emotional, ihr kennt das, gelaufen, aber mit dem Schweigen wollten wir unter anderem auch Curry schützen. Also das wirft natürlich weitere Fragen auf. Wir müssen uns distanzieren, aber wollen, dass möglichst bald Ruhe in die Sache einkehrt. Ich denke, das ist auch die erwachsenste Entscheidung. Ich denke, ich hätte das Video, was Currywurst jetzt hochgeladen hat oder Herr Currywurst hochgeladen hat, nicht hochgeladen an so einer Stelle. Ich glaube, das wird ihnen noch um die Ohren fliegen. Für die Leute, die jetzt verlangen, dass ich Tweets löschen soll, verstehen nicht, dass wegen des Statements jetzt die ganze Scheiße wieder bei uns einbricht. Und ich muss auch sagen, als ich das Video von Herrn Currywurst gesehen habe, habe ich dann schon irgendwie mir die Frage gestellt, Mensch, wegen sowas wirft man doch jetzt die Freundschaft nicht hin oder lässt den jetzt komplett alleine. Da muss doch irgendwas anderes jetzt der Grund sein. Also wegen ein bisschen Fremdschreiberei ist das scheiße, kann man ja auch sagen, Mensch, was bist du denn für ein Idiot? Aber jetzt so weit würde ich da nicht gehen. Ich persönlich jetzt und so schätze ich jetzt auch Kronk und die anderen ein. Und tut mir leid, so geht es weiter, aber ich kann das Ganze so nicht stehen lassen. Aber ich muss mich etwas beruhigen. Also es ging ihm auch wohl nahe, kann ich auch absolut verstehen. Ich kenne das ja auch aus der Vergangenheit, wenn da irgendwie Leute Videos machen, ist man vielleicht auch mal ein bisschen gereizter. Video folgt. Also er hat ein Video angekündigt, aber einige Minuten später, eineinhalb Stunden später, nach ein wenig Beruhigung, Video folgt doch nicht. Ich hasse Statement-Videos und möchte sowas nicht auf dem Gaming-Kanal haben. Würde ich ihm auch zu raten, mache ich in Zukunft nämlich auch so, dass ich da möglichst in Zukunft auch nicht mehr auf solche Kritiken eingehe oder Co. Das wird einem nur um die Ohren geworfen und bringt einen auch nicht weiter. Man sollte sich lieber auf seinen Kanal konzentrieren und das, was die Leute bei einem sehen wollen, als irgendwelche Beef-Geschichten. Das hat irgendwie nie jemandem geholfen. Das ist vielleicht manchmal ganz interessant, aber im Großen und Ganzen ist das Schwachsinn. Da gebe ich ihm auch recht. Und noch mehr Leute auf das Thema lenken. Auch richtig. Also dass man noch mehr Aufmerksamkeit auf so ein Thema, was vielleicht sonst in ein, zwei Tagen wieder uninteressant ist, ja, lenkt. Tobinator LP hat schon mehr in einem Absatz geschrieben, als ich in 20 Minuten dazu gesagt hätte. So, jetzt gehen wir mal auf Tobinator, der da auch involviert war und der hat ja, ein Statement verfasst heute. Statement, das leider sein muss. Also, wir gehen hier mal auch vor und zitieren ihn hier, alles von Twitter auch nachzulesen. Hey ho, Internet. Ich habe mir heute natürlich auch das Video angeschaut, welches Curry veröffentlicht hat. Ich danke Curry für seine Worte im Video und sein Verständnis. Gleichzeitig finde ich es schade, wenn man schon einen Tisch machen will, wieso man es nicht gleich tut. Aufgrund des Videos sieht es jetzt so aus, als hätten wir uns von ihm distanziert, weil er seine Freundin dreimal bedrohen hat, also mit fremden Mädels geschrieben hat, so wie er das gesagt hat. Also, er hat sich ja nicht mit denen jetzt wirklich getroffen, aber es ist natürlich auch ein Hintergehen, was ich aber immer noch unterscheide. Aber das könnt ihr auch gerne anders sehen. Also, ich bin auf eure Kommentare da auch sehr gespannt. Das wirkt für Außenstehende extrem unsinnig und absolut unverständlich und übertrieben. So kam es auch für mich rüber. Das gehe ich auch absolut mit, mit Tobinator und auch Kronk. Es gibt jedoch schwerwiegende Gründe, wieso wir uns, ich meine, von Curry distanzieren mussten. Der Grund sind Screenshots, auf denen klar und eindeutig zu sehen ist, dass er mit minderjährigen Community-Mitglied anschreibt und verschiedene intime Fragen stellt. Sie war 14, ähnlich intim, wie er im Video bereits geschrieben hat. Ich weiß nicht und will auch nicht wissen, wie oft er in diesen fünf Jahren passiert ist. Es gibt mehrere Screenshots, die belegen, dass Curry immer wieder mit Mädchen aus der Community intime Chats hatte und das alles im Wissen, dass seine Freundin durch solche Geschichten bereits psychisch vorbelastet ist. Okay, das ist krass. Dass er bereits erwischt wurde bei Eric und Pan und wir ihm alle trotzdem die Stange gehalten haben über Jahre. Okay, also anscheinend dieses Gespräch, was auch im Herr Currywurst Video-Statement jetzt vorkam, wo er darauf einging, dass ja Pan und Gronkh auch ihm auch schon geholfen haben und allgemein die Leute mal hinter ihm standen. Also anscheinend gab es schon solche Debatten, was jetzt dahinter steckt, dass die Freundin psychisch vorbelastet ist. Ob es jetzt nur auf die Schreiberei und den Betrug angeht oder ob da was anderes hintersteckt, möchte ich jetzt gar nicht wissen. Aber ja, geht auf jeden Fall jetzt in eine relativ krasse Richtung und wirft natürlich auch weitere Fragen auf, was natürlich jetzt auch nicht so ganz klug ist. Finde ich jetzt zumindest. Gehen wir weiter im Text. Muss ich mal kurz finden, wo ich jetzt überhaupt war. Sorry, das ist jetzt ein bisschen stockt. Da wir trotzdem allem, trotz allem die Fresse gehalten haben vor der Community und so weiter gemacht haben, als sei nichts gewesen. Und der Dank ist jetzt, dass Curry öffentlich dafür gefeiert wird. Vielleicht fick ich gerade meinen Ruf auf Twitter, YouTube oder sonst wo, aber das ist absolut nicht fair. Nicht fair uns gegenüber, nicht fair der Ex-Freundin von Curry, die mittlerweile Morddrohungen bekommt. Okay, das geht absolut zu weit. Ich finde sowieso sowas krank, also wegen Let's Plays, also bei aller Liebe. Man kann was feiern, aber ich denke, da sind alle, die halbwegs was in der Hürse haben, auch meiner Meinung, dass das absolut zu weit geht. Er hat Scheiße gebaut, sehr große Scheiße, nicht nur einmal, zweimal oder dreimal, hat uns alle mehrfach belogen. Dreist ins Gesicht. Und aus reinem Selbstschutz, bevor die Screenshots den Weg ins Internet finden, wo sie bereits kursieren, habe ich eine Distanzierung ausgesprochen. Kein anderer Grund war es. Es waren diese Screenshots, die bereits mehrfach im Umlauf sind. Es war vielleicht in der Situation nicht der richtige Weg, vielleicht zu emotional, vielleicht too much, aber es entschuldigt keinesfalls die Dinge, die Curry in den letzten Jahren und Monaten gerissen hat. Auch wenn es für einige nicht so wirkt, ich wünschte von ganzem Herzen, es wäre nie zu so etwas gekommen. Das glaube ich ihm auch, wenn wir sowas schon haben, so einen unnötigen Stress. Ich wünschte, wir könnten ganz easy Rocket League weiter zusammen zocken, viele Stunden bei HWSQ genießen, aber aufgrund dieser ganzen Vorfälle kann und will ich nicht mehr. Und ja, deshalb haben wir die Fresse gehalten. Es gibt in dieser aktuellen Situation kein richtig oder falsch, aber wenn ich schon extrem Hate kassiere, dann will ich wenigstens, dass ihr komplett die Wahrheit kennt. Danke, ich bin raus. Kann man natürlich absolut verstehen, aufgrund dieses Video-Statements von Herrn Currywurst musste ich aussagen, habe ich das nicht so ganz verstanden, warum die Leute jetzt überhaupt so weit gegangen sind. Wenn er jetzt irgendwelche Chats mit irgendwelchen Minderjährigen da hat und keine Ahnung was, dann ist das natürlich auch nicht geil, muss man jetzt nicht machen, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, ob ich da jetzt einen Freund deswegen komplett im Stich lassen würde, muss ich sagen. Ich kann verstehen, dass die sich distanzieren, weil wie gesagt, sowas ist halt immer sehr uncool. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt da ging, wie alt da die Mädels waren oder was weiß ich, wenn es da irgendwelche, also hier war ja von 14 die Rede und ist natürlich dann irgendwie schon scheiße, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit das Ganze jetzt ging. Ich finde immer, es ist auch noch ein Unterschied, ob man sich jetzt, ich nenne jetzt den Namen einfach mal Jo-Olli-mäßig mit dem 14, 15-jährigen Mädchen dann auch wirklich trifft oder ob man da irgendwie im schwachen Moment da irgendwelchen Quatsch schreibt, muss man natürlich als erwachsener Mann ziehen, finde ich dann auch ein bisschen krass, weil ich würde irgendwie Hilfe anbieten, vielleicht haben sie es aber auch in der Vergangenheit gemacht, sie haben ja trotz allem, so ist das ja in dem Text jetzt von Tobinato auch zu lesen, ihm die Stange gehalten und ihm auch immer wieder geholfen, aber er hat immer wieder weitergemacht und wenn immer wieder sowas vorkommt, jetzt nicht ein- oder zweimal vielleicht im schwachen Moment, sondern wirklich jetzt vier, fünf, sechs, sieben Mal, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer und dann ist dann auch so ein wie soll man sagen, Muster auch zu erkennen, ja, also dann ist das schon eine krasse Richtung, also wenn immer wieder sowas auch ausgenutzt wird und dann geht das finde ich dann auch in eine Richtung, die nicht okay ist, also spannendes und krasses Thema, ich weiß nicht, was ihr zu dem Ganzen jetzt sagt, bleibt bitte sachlich, das sind jetzt erstmal die Statements, die ich jetzt hier auch vorgetragen habe, sorry, dass ich ein bisschen gestockt habe, aber ich musste auch mal überlegen, jetzt an diesem One-Cut-Podcast, was ich jetzt alles mit reinnehme und was nicht, aber ich habe es jetzt mal komplett vorgelesen und blende euch das natürlich auch ein, Quelle wie gesagt auch auf Twitter und unter dem Hashtag HWSQ nachzulesen, ist ganz oben in den Trends, es geht auf jeden Fall hin und her, nach dem Video von Herrn Currywurst musste ich sagen, habe ich das nicht so ganz verstanden, er ist ganz kurz darauf eingegangen, dass er schwache Momente hatte mit 19, 20, mit einigen Chats und da ist er ja so ein bisschen doch drauf eingegangen, wenn das jetzt wirklich der Hauptgrund war und wie gesagt, wenn es irgendwelche Chats sind, dann ist das scheiße und wenn man irgendwelche Minderjährigen da irgendwie nötigt, ist das auch absurd daneben, aber ich finde, dass, wenn er sich jetzt nicht getroffen hat und noch eine Grenze, eine weitere Grenze überschritten hat, sollte man ihm irgendwie auch ein bisschen helfen, weil er wirkte sehr labil und am Boden für mich, das ist jetzt so mein Fazit des Ganzen. Bitte bleibt sachlich bei Ihrem Thema, ist natürlich wieder sehr heikel das Ganze, aber da mich jetzt auch einige gefragt haben, fasse ich das jetzt hiermit zusammen, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage weitergeht und was ihr zu dem Ganzen sagt. Bis bald und ciao, ciao.